Am 14. März 2003 erblickte sie das Licht der Welt, die Agenda 2010. Ein Wunschkind von Gerhard Schröder und seinem Duzfreund Peter Harz. Heute ist die Kopfgeburt der ehemaligen Bosse zehn Jahre alt. Und es sieht nicht so aus, als wenn die Kinderkrankheiten ausgestanden sind. In den Sozialgerichten des Landes stapeln sich die Klagen derer, die seit Einführung der Hartz-IV-Regelsätze finanziell nicht mehr klarkommen. Ein Heer von Arbeitslosen kämpft gegen die Reform der angeblichen Arbeiterpartei. Zum Feiern dürfte wohl niemandem zumute sein. Klage Wut am Geburtstag, ein Film von Klaas Mayer-Heuer. Wer hätte das gedacht? Hartz IV schafft Jobs, zumindest an Deutschlands größtem Sozialgericht. Weil alle 18 Minuten ein Berliner sein Jobcenter verklagt, haben zum Beispiel die Kollegen in der Poststelle gut zu tun. Hier sind ja vier Leute, die seit frühmorgens um sechs Akkord arbeiten. Das ist ja nicht nur die Akten hier kommen. Hier kommen ja auch morgens zwei bis dreitausend Faxe an, die gemacht werden müssen. Und wie gesagt, sie werden gleich sehen, was sich hier aufbauen wird. Und das ist auch jeden Tag. Da weiß man, was man macht. 42.000 unerledigte Fälle stapeln sich im Sozialgericht. Die Wachtmeister stempeln jährlich ungefähr 2,4 Millionen Blatt Papier. 30.000 Widersprüche und Klagen laufen pro Jahr durch ihre Hände. Irgendwann ist der Zenit erreicht hier. Irgendwann ist es so nicht mehr machbar. Da können Sie hier zehn Leute drinstecken. Sie sind den ganzen Tag nur dabei, die Post zu bearbeiten. Ein typischer Streitfall morgens um halb zehn. Es geht um Stromschulden. Ein Klassiker. Und vor Ort die Sache Stieler gegen Jobcenter Berlin-Neukölln. Bitte nehmen Sie Platz. Im weißen Pullover der Kläger. Er hat 600 Euro Schulden bei Wattenfall und will ein Darlehen vom Jobcenter. Während der Verhandlung drängt der Richter die Behörde, doch den zinslosen Kredit auszureichen. Die Summe wird mit der monatlichen Stütze verrechnet. Die Prozesskosten trägt der Steuerzahler. Wunderbar. Nicht zufrieden mit. Ist okay. Ist jetzt nicht im Dunkeln. Müssen wir ein bisschen mehr bezahlen, aber ist okay. Wo Gewinner sind, gibt es auch Verlierer. In diesem Fall mosert das Jobcenter. Der Kläger hier zum Beispiel hätte sich ja auch bemühen können, um eine Tätigkeit, um dazu ein bisschen Geld zu verdienen, um die Stromschulden selber dann abzuzahlen. Aber Sie sehen ja, das macht er ja nicht. Er bemüht sich jetzt um eine Tätigkeit, aber aus Erfahrung heraus kann ich Ihnen sagen, wird das wohl nichts werden. Ein Dauerproblem sind die Mieten. Die steigen in Berlin offenbar schneller, als die Jobcenter reagieren können. Diese alleinerziehende Mutter ist in eine zu teure Wohnung gezogen und möchte einen Mietnachschlag erstreiten. Doch das Gericht lehnt ab. Ich werde jetzt da wohnen bleiben müssen, so lange, bis ich die Miete gar nicht mehr tragen kann. Weil durch die Betriebskosten wird ja auch die Miete immer höher. Und dann, keine Ahnung, irgendwann wird man wahrscheinlich zwangsgeräumt. Und dann muss man Notunterkünfte, Mutter, Kind, Heim, irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Muss man abwarten. Acht Jahre in Kraft und immer noch ein bürokratischer Super-GAU. Die Hartz-IV-Gesetze wurden schon 60 Mal geändert und sind teilweise komplizierter als der Steuerrecht. Altkanzler Schröder und den Sozis sei Dank. Kein Wunder, dass da kaum noch jemand durchblickt. Und so sind beim Berliner Sozialgericht seit 2005 170.000 Klagen eingegangen. Die Akten wachsen hier in die Höhe. Früher hörte ein Regal hier auf. Jetzt haben wir aufgestockt, man kommt nur noch mit Leiter hin. Früher saß hier eine Kollegin und hat die Akten bearbeitet. Jetzt wurde noch ein zweiter Schreibtisch reingestellt. Einfach, weil wir so viele Leute geworden sind und so viele Akten bei uns im Haus lagern, dass wir uns was einfallen lassen mussten. Der Keller heißt jetzt Souterrain und wird zu Büros umgebaut. Um alle Fälle zu erledigen, müsste das Gericht außerdem noch ein Jahr lang schließen. Hartz IV hat das Sozialgericht völlig auf den Kopf gestellt. Wir hatten 2005 rund 55 Richter, jetzt sind es 130, also deutlich mehr als doppelt so viel. In Berlin gewinnen die Kläger über 50 Prozent der Fälle. Malermeister Martin Knuth kämpft mal wieder für mehr Geld. Der Staat soll seine Heizkostenschulden übernehmen. Insgesamt über 1300 Euro. Naja, das ist sehr viel aufgelaufen, weil das ist noch aus dem Jahr 2010 wohl. Wir haben 2013 und die ganze Zeit haben sie nicht bezahlt, weil die Miete angeblich zu hoch ist. Rück auch gegen Klage. Da werden wir sehen, was draus wird. Tatsächlich bekommt der Arbeitslose vom Gericht knapp 300 Euro zugesprochen. Seine Anwältin muss er nicht bezahlen. Das macht der Staat. Prozesskostenhilfe. So lässt es sich leicht weiterkämpfen. Herr Knuth ist Großkunde bei der Justiz. Ja, naja, weiter klagen und weiter gegen das System kämpfen, was man hier rechtfertigt ist. Wie viele Klagen laufen hier bei Ihnen? Na ja, 13 Klagen. Also das war jetzt die 13. Also es müssten jetzt noch 12. Also es müssten jetzt noch 12. Den Überblick verliert man mittlerweile schon. Wenn das über die ganzen Jahre geht, man will schon ja nicht mehr die Akten. Wenn man dann eine Einladung kriegt, wie es man schon ja nicht wird, ist das jetzt für ein Fall gewesen. Hartz IV überfordert also weiter die Empfänger, die Jobcenter und die Justiz. Kein Ende in Sicht auf der Großbaustelle des Sozialstaats. Altkanzler Schröder lobte diese Woche seine Reformen. Immerhin einer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017